Lange Zeit galt er als der mysteriöse Block, von dem niemand so recht wusste, was er eigentlich genau für einen Zweck hat. Mit der 1.10 bekommt Minecraft durch den Structure Block nun jedoch neben dem Command Block ein weiteres vielfältiges Tool, um Strukturen zu speichern, zu laden und zu platzieren. Da sich der Structure Block weder im Inventar findet, noch craften lässt, muss er zunächst mit slash gif, dem Spielernamen und Minecraft Doppelpunkt Structure unterstrich Block gegeben werden. Vorm Structure Block gibt es 4 Varianten, welche sich nach Öffnen der GUI mit Rechtsklick über diesen Button hier auswählen lassen. Save um Strukturen abzuspeichern, Load um sie zu laden, Corner zum einfacheren auswählen und Data um, naja, aktuell noch gar nichts damit zu tun, denn diese Funktion hat mit dem Snapshot 16w20 noch nicht Einzug in das Spiel gefunden. Um zu starten solltest du zunächst Strukturen abspeichern. Platziere dafür den Structure Block und gehe in den Save Mode. Zunächst legst du oben den Namen der Struktur fest, unter relative Position wird die Position des Blocks im Verhältnis zum zu kopierenden Objekt eingetragen. Um diesen Wert zu bestimmen, schaue zunächst nach Osten und dann nach Süden, wenn du den Block im Nordwesten von der Struktur platziert hast. In diesem Fall beginnt unsere Struktur also nach 2 Blöcken in den Osten und 2 in den Süden, was du hier einträgst. In der nächsten Zeile wird die Größe der Struktur eingetragen. Unser Beispiel ist 4x4x4 Blöcke groß und genau so tragen wir es auch nach dem Schema x, y und z ein. Ob unsere Auswahl richtig ist, das zeigen uns weiße Linien, die die Struktur umranden sollten. Bist du mit der Auswahl zufrieden, speichere sie einfach mit Save ab. Nun können wir sie direkt wieder laden, platziere dafür einen neuen Structure Block und versetze ihn in den Load, also Laden Modus. Zunächst muss der Name der Struktur, welchen du anfangs festgelegt hast, eingegeben werden. Auch hier kannst du über die relative Position die Platzierung auf Grundlage des Standortes des Structure Blocks wählen. Mit Load wird nun zunächst wieder eine Box angezeigt und mit einem erneuten Klick auf Load erscheint die Struktur. Wer jetzt denkt, dass man die Corner Structure Blöcke überhaupt nicht braucht, der hat sich getäuscht. Mit ihnen kannst du dir nämlich die Auswahl leichter machen, indem du zwei an jeweils eine der Ecken diagonal zueinander platzierst. Nutzt du nun wieder einen Save Block und klickst in der GUI auf Detect, also Erkennen, wird die Struktur wegen der Corner Blöcke direkt ausgewählt. Das endgültige Abspeichern und Laden funktioniert nun nach dem komplett gleichen Prinzip. Eventuell sind euch ja auch schon die weiteren Buttons im Save Structure Block aufgefallen. Mit Show Invisible Blocks werden die Luftblöcke in der Auswahl mit einer Art Hitbox markiert. Über Include Entities kannst du auswählen, ob auch Mobs mit zur Struktur gehören sollen. Beachte jedoch, dass dann auch Entities im Strukturblock zum Laden aktiviert sein müssen. Im Loading Block kann auch eine Rotation ausgewählt werden, damit die Struktur gedreht platziert werden kann. Auch das Spiegeln ist über den Button in der Mitte möglich. Neu mit dabei ist auch der Strukturen Void Block, welchen du mit slash gif dem Spielernamen Minecraft Doppelpunkt Structure unter Strich Void bekommen kannst. Platzierst du diesen um eine Struktur herum, die du kopierst, wo sich Luft befindet, wird, wenn sich dort wo deine Struktur eingefügt werden soll, Blöcke befinden, nicht die Luft eingefügt, sondern die alten Blöcke belassen. Etwas kompliziert, aber eigentlich ganz logisch. Alle Änderungen des Snapshots 16w20 findest du jetzt in der Infokarte in deinem Video und die 1.10 Updates immer aktuell auf tutorialcenter.tv zusammengefasst. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Erfolg beim Kopieren und Einfügen von Strukturen mit dem neuen Structure Block.